Markcheck Checkt DM Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich, schön, dass Sie dabei sind. Drogerieprodukte, die brauchen wir regelmäßig, aber was müssen wir dafür zahlen? Dreimal waren wir einkaufen bei DM, Rossmann und Müller und dreimal haben wir unterschiedlich viel bezahlt von 93 Marken. Markcheck Checkt DM Eine kalte Cola, das ist ja ein Klassiker, gerade jetzt im Sommer sind sich glaube ich alle einig, aber bei der Marke, da scheiden sich die Geister, die einen schwören auf Peps, Ihnen aber stimmt das tatsächlich und welche Wirkung hat das? Welche Cola schneidet in unserer Blindverkostung am besten ab? Markcheck Checkt Afri-Cola Haben wir das auch geklärt und jetzt freue ich mich auf unseren Markcheck Gesundheitsexperten Lothar Zimmermann Der kümmert sich hier im SWR Fernsehen um ein Volksleiden, Rückenschmerzen Wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder bei Markcheck Checkt um 20.15 Uhr Tschüss, schönen Abend noch